Bei Würgerangriff von hinten, sofort Spannung in den Hals, nicht versuchen zu greifen, sofort reagieren und mit dem gestreckten Arm, als wenn ich mein Oberarm durchs Gesicht ziehe, um beide Arme sichern, Eingang in den Hals, der in die Gruppe Koshibasa, sprich Hüftwürfe fällt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017